Sie hören sich so gelangweilt an. Macht Ihnen Ihr Job gar keinen Spaß? Das ist mir eigentlich egal, aber weiß ich nicht. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einen seriösen Job zu machen? Als olle Zeitschriften am Telefon zu verkloppen bei Leuten, wo ich gar nicht die Werbeerlaubnis habe? Hallo, ich grüße Euch. Heute habe ich mal wieder eine Zeitschriftenabzockerin am Telefon. Und man glaubt es kaum. Sie hat bei meiner Aufklärung sogar mal zugehört, ohne gleich wütend-fuchtelnd aufzulegen. Und ich glaube, ich habe sie sogar ein bisschen nachdenklich gemacht. Hallo. Hallo. Hallo, mein Name ist Lose vom Lederservice Hamburg. Sprechst du mit Herrn Steiner? Ja, ich bin aber bereit. Ich sehe auch nichts. Hören geht kurz darum, Sie haben mal bei dem Kiew oder den Spiel mitgemacht, wenn Sie sich daran erinnern. Kann sein, ja. Ich habe übrigens bei keinem Tierfutter-Gewinnspiel mitgemacht. Ist schon eine Idee. Jedenfalls sind wir da hauptsächlich und haben aus allen Teilnehmern nochmal 30 ausgelost, die unser Dankeschön-Paket bekommen und da sind sie dabei. Na siehste, da gibt es als Dankeschön sicherlich gleich eine Zeitschrift, die ich selbst bezahlen darf. Das heißt, Sie könnten sich eine Prämie aussuchen, entweder eine Schibo-Kaffeemaschine oder ein Werkzeugset oder einen Hose-Gutschein für zwei Personen, Personen für drei Nächte, der ist europaweit und drei Jahre gültig. Okay. Wäre da was dabei für Sie? Ja, eine neue Kaffeemaschine könnte ich vielleicht gebrauchen. Was ist es genau für eine Kaffeemaschine? Das nennt sich Chibo Capissimo. Das ist für solche Capissimo-Kappeln, für Tee und Kaffee. Sie würden allerdings dazu noch ein Magazin ihrer Weife zwölf Monate bekommen zum Vorzugspreis. Naja, so richtig überzeugt klingt sie von ihrem eigenen Angebot. Irgendwie nicht mal. Siehst was, was Sie gerne lesen? Keine Ahnung. Also, so Zeitschriften habe ich eigentlich gar keine. Haben Sie gar keine? Vielleicht eine Fernsehzeitschrift oder eine Auszeitschrift oder was? Hm, ne, also Fernsehen gucke ich nicht. Was haben Sie denn da noch so? Fernsehen gucke ich nicht. Auch nicht schlecht. Na, wer guckt denn heute noch Fernsehen? Das nutzt doch kaum noch einer. Das stimmt. Wenn Sie... Gibt es denn noch? Ich gucke gerade mal einen Moment. Hm. Damals gibt es noch. Da geht es mehr um Sachen von früher oder eine Börsenzeitung, eine Computerzeitschrift gibt es noch. Und was haben Sie denn so für Börsenzeitschriften? Ich glaube, so eine Börsenzeitschrift wäre doch ganz interessant. Nicht wahr? Die nennt sich direkt Börse online. Ach so. Die ist aber etwas teurer. Das wären alle vier Monate für das Jahr 91,80 Euro. Mhm. Tja, und haben Sie da was günstigeres? Guck mal nach, Moment. Also ich weiß nicht wieso, aber es wirkt schon fast so, als hätte die nette Dame tatsächlich überhaupt gar keine Lust auf ihren Job. Sie ist total gelangweilt und ich glaube, sie weiß auch ganz genau, dass das keine gute Arbeit ist, die sie dort tut. Und demzufolge, man hört es ja in ihrer Stimme, aber sie tut mir auch sogar schon fast ein bisschen leid. Was würde Sie denn noch interessieren, Frau Frau Börse? Ja, gute Frage. Ich meine, heute kriegt man ja eigentlich alles kostenlos im Internet. Das stimmt allerdings. Weiß ich gar nicht. Ja, also Wissenschaft ist ja eigentlich auch ganz interessant. Wie heißen die? Die heißt direkt Bild der Wissenschaft. Ach so, von der Bild. Naja, ist ja auch nicht so der Bringer, denn... Hm. Ja, es ist nicht so richtig dabei für Sie. Lohnt sich das überhaupt noch so mit den Zeitschriften? Ja, es gibt. Also es gibt Leute, die lesen gerne noch. Ja, aber es ist ja dann eher die ältere Generation, denke ich mal. Manager Magazin gibt es noch, aber ich weiß nicht, ob das für Sie wäre. Naja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Sie hören sich so gelangweilt an. Macht Ihnen Ihr Job gar keinen Spaß? Nee, ich guck nur... Ich guck nur, ob ich was Passendes für Sie finde noch. Ach so. Ach so. Das bin ich nicht. Nee, leider wären das nur die... Also günstiger gibt es nicht unbedingt eine in Ihrem Bereich. Hm. Von welcher Firma rufen Sie denn genau an? Vom Laserservice Hamburg. Laserservice Hamburg. Genau. Und wissen Sie da als Mitarbeiter Bescheid, dass Sie gerade einen illegalen Cold Call machen, also Kalterquise? Ja, illegal ist nicht. Sonst würde man es ja nicht machen. Na ja, Sie haben kein Einverständnis, mich anzurufen. Ja, Sie müssen ja bei dem Gewinn, die wir mitgemacht haben. Ja, aber es ist ja nicht automatisch eine Einwilligung in den Werbeanruf. Na, das kann ich Sie nicht ändern, aber wenn Sie möchten, kann ich Sie auch sagen, dass Sie nicht mehr angerufen müssen. Das ist mir eigentlich egal, aber weiß ich nicht. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einen seriösen Job zu machen? Ich meine, ich weiß, dass es ja jetzt... In dem Moment hat man nichts anderes sagt. Während Corona ist das ja alles ein bisschen schwierig, aber ich sag mal, da würde ich mich lieber an eine Kasse setzen, als ja, olle Zeitschriften am Telefon zu verkloppen. Bei Leuten, wo ich gar nicht die Werbeerlaubnis habe. Ja, das wäre auch eine Idee. Okay, leider. Haben wir, dass Sie jetzt nicht gelassen ist. Also, soll ich Sie drin lassen oder lieber austragen? Ja, meinetwegen können Sie mich drin lassen, dann kann ich noch ein paar andere Leute aufklären, die anrufen. Ja, das geht auch. Ja, genau. Okay. Darum bedanke ich mich trotzdem für Ihre Zeit und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Eins möchte ich gleich vorneweg loswerden mit der Aussage, da würde ich mich lieber als Kassierer im Supermarkt an die Kasse setzen. Es war natürlich auf keinen Fall diskriminierend gemeint, sondern einfach nur als Beispiel, dass ich mich lieber eben als Kassierer an die Kasse setzen würde, als Leute am Telefon abzuzocken. Es ist auf jeden Fall definitiv seriöser, vernünftige Arbeit und auch überhaupt irgendwelche Arbeit, wenn man eben gerade nichts bekommt. Dann nimmt man das, was man eben kriegt und nicht sowas. Na, also Callcenter ist für mich dann nur eine Ausrede, wenn es eben seriös ist und die Kunden darüber genau Bescheid wissen, dass sie angerufen werden. Beziehungsweise es gibt ja auch vernünftige Jobs im Callcenter, wie zum Beispiel den Kundenservice. Gibt es ja auch, tausende Stellen. Auf jeden Fall klang die Mitarbeiterin nicht gerade besonders schockiert von meinen Aussagen und war das scheinbar auch gewohnt. Sie war wahrscheinlich einfach nur froh, dass ich noch ruhig geblieben bin, da es sicherlich sehr, sehr viele Kunden gibt oder eben potenzielle Kunden, die nicht unbedingt gerade darauf so gut zu sprechen sind. Aber unterm Strich tut mir die Dame dann doch irgendwie schon fast ein bisschen leid. Und es hat sich auch tatsächlich so angehört, als wäre sie da in einen Job reingeraten, wo sie gar nicht so wirklich sein möchte. Weil grundsätzlich, ja, war in ihrer Stimme die ganze Zeit irgendwie Traurigkeit und Bedauern über ihren eigenen Job zu hören. Also bin ich zumindest der Meinung. Und zumindest eins ist sicher, glücklich ist sie da nicht. Aber wahrscheinlich ist es vielleicht auch einfach der Situation momentan auf dem Arbeitsmarkt geschuldet. Die ist wirklich alles andere als schön. Also ich habe viele Bekannte und Verwandte in meinem Umkreis, denen es ähnlich geht. Und, naja, man ist halt eben froh, wenn man irgendwelche Arbeit hat. Und so ein Callcenter, naja, ist erstmal besser als nichts. Das Problem ist halt, wenn es kein seriöses Callcenter ist. Und mitbekommen tut man das meistens immer erst dann, wenn man dort schon arbeitet. Und, naja, dann hat man ja erstmal Arbeit. Und man muss heutzutage ja auch irgendwo zusehen, dass man seine Miete bezahlt bekommt. Das ist alles schon nicht so einfach. Aber unterm Strich, ich denke mal, es hat ein bisschen was bei der Frau bewirkt. Ob es jetzt gleich zur Kündigung führt, ich nehme mal an, nicht. Aber sie hat auf jeden Fall so gewirkt, als denkt sie da über diese Aussage ein kleines bisschen nach. Wenn nicht schon wieder nach den nächsten 10 Sekunden der nächste Call hochploppt. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten bei euch. Wir hören uns dann im nächsten Video. Und vergesst natürlich nicht, den Abo-Button zu drücken. Ciao, ciao.